Ich bin der Thomas, ich bin im Bauernhof im Lukashof in Barbien. Ich bewirtschafte den Hof mit meinem Onkel, Sepp, und wir produzieren Rindfleisch auf unserem Betrieb. Stierkalbler kriegt mein Kooperationspartner von Matthias Blonach, im Betrieb in Leiden, das sind 10 Minuten mit dem Auto von meinem Betrieb weg. Und wie gesagt, die kommen noch prima auf die Welt, werden mit Muttermilch dort gefüttert und ein bisschen langsam auf Haifütterung eingewöhnt. Und dann kommen sie mit zweieinhalb Monaten zu mir auf den Hof, sobald sie dann eben entwöhnt sind. Und bei mir auf dem Hof sind sie dann ungefähr zweieinhalb Jahre. Und das Ziel unserer Kooperation ist, dass wir neben der Milch auch das Fleisch in Südtirol produzieren und sozusagen dann auch vor allem mit den männlichen Kälbern, die leider in der modernen Milchwirtschaft zum Abfallprodukt verkommen sind, dass wir dann eben nutzen und in Form von einer nachhaltigen Ochsenmast hochwertiges Rindfleisch produzieren. Das zweite Ziel unserer Kooperation ist dann auch auf die Kälbertransporte zu verzichten und auf die Versteigerungen und sozusagen dann auch den Stressfaktor zu eliminieren. Und das dritte grosse Ziel ist die Haltung von Binsgauern. Wir möchten dann mit unserer Kooperation einen Beitrag dazu leisten, dass die RAS ja auch für die Zukunft erhalten bleibt. Die Crowdfunding-Kampagne nutzen wir, um eine Teilfinanzierung für den Stallumbau zu erreichen. Unsere Ziel ist es allen, ein maximales Tierwohl auf unserem Betrieb zu gewährleisten. Für die Unterstützer geben wir dann im Gegenzug Dankeschön-Pakete aus, die eigentlich unsere Fleischpakete sind für uns Rechsler. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, eine Badenschaft zu übernehmen für unsere Kälber. Also im Wesentlichen kann man hier auch die Nummer aussuchen von Kälbern. Und man bekommt dann periodisch Fotos zugeschickt, wie es den Kälbern in Pins auf den Hof geht oder auch im Sommer auf den Ralf. Rindfleisch liegt die lokale Produktion sehr am Herzen. Und wenn du uns auf unserem Weg weiter unterstützen möchtest, die Rindfleischproduktion hier in Südtirol zu fördern, dann wären wir sehr dankbar. Im Gegenzug bieten wir auch unser Fleischpaket um für unsere Rechsler. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. 합니다. Untertitelung des ZDF, 2020